Ja, heute begrüße ich euch mal wieder recht herzlich. Der Antikorruptionskanal gibt mal wieder ein bisschen mehr Gas. Wie ihr seht, sitze ich heute mal ein bisschen zum Entspannen erstmal bei mir oder an der Teilkuhle, die mir mitgehört, um mal den Kopf ein bisschen freizukriegen. Denn diese ganzen Ereignisse, die man so alles so verarbeitet in den letzten Tagen, das geht ja doch ganz schön aufs Gemüt. Und ich bin ja so geflasht von Robert Habeck seiner Rede, dass er Kanzlerkandidat werden will. Also das hat mich so mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dieses selbstlose, guck mal, die drehen sich heute sogar mal die Windmühlen. Also ist noch nicht ganz hoffnungslos für Deutschland. Es dreht sich noch was. Das ist unsere Zukunftstechnologie. Also die einzige, die wir nachher haben sollen, neben Solar. Ich dachte damals immer, als wir da über den Tisch gezogen worden sind als Landbesitzer, es ging darum als Ergänzung zu unserer Energieversorgung, dass die natürlich so viel vorhaben mit uns, mit der Agora, Verkehrswende, Landwirtschaftswende, Klimaneutralität. Ich meine, das konnte ja keiner ahnen, was sich da im Hintergrund abspielt. Aber das ist immer das nächste Thema. Ich will jetzt ja noch mal auf Robert Habeck kommen. Also diese Rede, ihr könnt diese Videos auch ruhig, die ich jetzt reinsetze, teilen, weil die versuchen mich immer da ein bisschen sehr einzuschrecken. So, jetzt komme ich noch mal auf diese Rede mit Robert Habeck am Küchentisch bei Freunden. Er sitzt bei Freunden am Küchentisch. Dann habe ich gedacht, mein Gott, seit wann hat Robert Habeck Freunde. Konnte ich mir nur ja gar nicht vorstellen. Ich vermute ja nun mal, dass es seine eigene Küche ist. Und ich bin ja froh, dass da noch ein Hakenkreuz von früher noch über dem Küchenschrank hing. Denn seine beiden Großeltern, also Opa und Uropa, die haben ja SS und SA Vergangenheit. Da muss man sich ja auch nicht wundern, dass ein bisschen was vielleicht in Robert Habeck drin steckt. Aber wie gesagt, er will ja sich selbstlos opfern. Am liebsten für Deutschland auch als Kanzler oder als Kanzlerkandidat. Nur würde es natürlich an uns liegen, ob wir ihn wählen. Ich meine, so geistig eingeschränkt sind wir eigentlich noch nicht, dass wir das tun werden. Aber es gibt ja anscheinend immer noch genug, die auf ihn schwören. Aber er preist ja seine Erfahrung und sonstige guten Eigenschaften, die er angeblich hier haben soll, um Deutschland zu führen. Also ich würde sagen, er sollte sich eigentlich als Kanzlerkandidat bewerben für die Vogelinsel in Trischen. Also da hat er 1,8 Quadratkilometer unter sich und er ist der alleinige Herrscher von dem Eiland. Und die Vögel werden bestimmt ein doppeltes Gelege für ihn legen, weil die sich so wohlfühlen bei ihm, wenn er der Kanzler von Trischen ist. Also der Mann, der verhöhnt doch im Endeffekt die Wähler aufs Schärfste. Oder er merkt wirklich nichts mehr. Ich bin jetzt mal gespannt auf den Parteitag, der jetzt ja am nächsten Wochenende stattfinden wird. Ich habe ja nun 200 Briefe an Redaktionen und auch an die Grünen verschickt. Denn die haben ja auch jemanden bei sich da, den Dr. Philipp Schmargold, den ich hier auch kenne und auch sehr schätze eigentlich als Grünen. Muss ich ehrlich sagen, auch wie seinen ehemaligen Kollegen oder den Herrn Tietz. Andreas Tietz, der war eigentlich auch ganz vernünftig. Man konnte eigentlich ganz gut mit ihm vernünftig reden. Also es sind ja nicht alle Bekloppte bei den Grünen. Das muss man nur auch mal ganz ehrlich sagen. Ob der Herr Philipp Schmargold nachher irgendwann die Ehre haben wird, die Grünen in Grund und Boden zu stampfen, weil er hat ja auch genug Wissen, was hier abgegangen ist. Aber auf jeden Fall, wenn die Grünen Robert Habeck zu ihrem Kanzlerkandidaten küren sollten, dann wird das sicherlich so sein mit den ganzen Unterlagen, die dann irgendwann veröffentlicht werden, dass er diese ganze Regierung in den Abgrund, die Grüne möchte gerne Regierung in den Abgrund reißen wird. Und ich hoffe natürlich sehr, dass sie ihn zum Kanzlerkandidaten küren. Also das wird dann ein richtig gefundenes Fressen werden, um mit den Grünen mal politisch aufzuräumen. Und für den Fall, dass er es wird, laufen auch schon Vorbereitungen für eine große Demonstration in Deutschland. Also es ist sehr viel Unruhe in der Bevölkerung jetzt. Aber wenn die jetzt so dieses Puzzle, was ich denen jetzt hier Stück für Stück zusammensetzen werde, wenn sie das erst begriffen haben, also dann wird richtig Stimmung aufkommen, wie Habeck und seine Konsorten die Bürger ausnehmen über die Energiewende und was dahinter alles geplant wird. Und Habeck soll ja auch mal erklären, als er da 21 in der Ukraine saß, haben sie ihm die ganzen Patronenhülsen vor, die Füße geschmissen und er forderte Defensivwaffen für die Ukraine zur Selbstverteidigung. Da möchte ich mal wissen, was da im Hintergrund läuft. Und man sollte auch mal betrachten, dass er nach Israel geflogen ist an einem Wochenende ins Lallaland mit seiner Frau. Und da waren die Reporter ganz überrascht, dass sie ihn ja gesehen hatten, haben sich über die Klimasachen ja aufgeregt, den CO2-Ausstoß. Und komischerweise überall, wo Habeck immer auftaucht, ein halbes Jahr später gibt es kriegerische Scharmützel. Also ich frage mich eigentlich insgesamt, für wen arbeiten Baerbock und Habeck eigentlich wirklich? Sind das irgendwie Einflussagenten von irgendwelchen Organisationen im Hintergrund? Also es wird noch richtig spannend werden. Und ich hoffe ja auch, dass wir jetzt keine vorgezogenen Neuwahlen machen, sondern dass es bis zum Ende so, dass sie sich so durchkrebsen. Weil diese ganzen Machenschaften aus den ganzen Parteien, was sich dahinter abspielt, das muss jetzt endlich mal alles aufgeklärt werden. Sonst wird ja nichts, sich nichts daran ändern. Denn die Hinterorganisationen, alles, die bleiben ja bestehen, egal wer da bei ist. Die haben sich alle schon vor Jahren zusammengeschlossen, die Altparteien. Da habe ich jetzt auch Unterlagen gefunden. Also es wird richtig spannend und richtig heftig werden in Deutschland. Also wir werden politisch stehen wir im Endeffekt vor einem Scherbenhaufen und vor einem Abgrund der politischen Kriminalität, was wir so eigentlich noch nicht gesehen haben. Das haben vielleicht Generationen erlebt, die jetzt gar nicht mehr leben. Ich will das auch gar nicht näher bezeichnen, wie man die Zeit nennt. Aber wir kriegen jetzt das richtig heftig. Und diese Typen, die da rumwischen, die haben richtig dazugelernt, um uns einzulolen. Also es wird richtig spannend werden. Und was ich hier eigentlich auch nicht verstehe, das Windrad, das dreht sich hier und der Wind kommt, naja, so halb Südosten, Meerosten. Also ich verstehe das nicht. Ich sage, wenn wir kein Gas von Putin haben, dann wollen wir auch keinen Wind von Putin haben. Die Wind...